Erinnere dich an die Zeit, in der du in der Welt der Menschen gelebt hast. In der Welt der Menschen? Wie ist das möglich? Oder ist er etwa auch ein Mensch? Ich war... Ich war in der Welt der Menschen. Erinnere dich! Erinnere dich! Wenn du plötzlich gefangen bist, so wie ein Vogel im Käfig, Ja, was ist Großmutter? Hör mir zu, Koji. Mein Junge, du hast einen Bruder. Was? Na, sein Name ist Koji. Koji? Mein Bruder. Steh doch auf, hör auf dein Gefühl, dass dich immer wieder auf den Weg zur Wahrheit führt. Koji. Du fliegst aus der Dunkelheit, Koji! Wenn du nie mehr die Sonne siehst, du wärst gehalten von Ketten aus eiskaltem Stahl. Koji! Koji! Du fliegst aus der Dunkelheit, du fliegst aus der Dunkelheit. und alles, was zählt, und alles, was zählt, und alles, was zählt, und alles, was zählt, triffst du in dir. Warum fliegst du in dir? Warum fliegt er weg? Warum? Deine Freiheit ruft Und verdammt noch mal, warum sieht er genauso aus wie ich? Eines Tages werden alle Rätsel, die dich betreffen, gelöst werden. Alle Rätsel, die mich betreffen? Wer bist du? Bei Grimond! Wer bist du? Sag schon, hey, was bedeutest du für mich? Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du?